Ho, 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 liebe Freunde, hier ist wieder euer Extrem mit einem weiteren Adventskalendertürchen Nummer 11. Ich hoffe, es freut dich natürlich so wie mich, dass wir wieder eine neue Folge haben. Es ist schwierig, aber ich habe wieder eins gefunden für dich eben. Und es tut mir leid, dass in letzter Zeit so viele Folgen World of Warcraft kommen. Ihr könnt es natürlich in der Zeit ein bisschen ansehen, wo nicht so viele Let's Plays hochkommen, wie eben heute oder so. Weil ich muss eben etwas planen und es ist eben schwierig, weil ich eben auch arbeiten muss und so weiter. Ich habe viel Stress, viel um die Ohren. Daher müsst ihr ein bisschen Rücksicht nehmen. Ab nächste Woche habe ich wieder Urlaub, da kann ich wieder ein bisschen anders arbeiten für euch, für dich. Und auch am Wochenende, am Wochenende, am Samstag, habe ich noch einen Termin dann. Und ich hoffe, du hast etwas Geduld. Und wie gesagt, ich habe jetzt drei Tage nicht geschlafen, eben wegen vielen Terminen, Friseurtermin und, und, und. Und daher muss ich eben, habe ich eben den Test gemacht mit den World of Warcraft, Folgen hochzuladen und zu veröffentlichen. Und wie ich gesehen habe, hat das einwandfrei funktioniert. Jetzt können wir auch etwas anders planen und noch weiter ausbauen. Es ist nur zu Gute für dich. Und auch für mich, damit ich ein bisschen ein System reinbekomme. Verstehst? Und du fragst dich jetzt sicherlich, was ist in Türchen Nummer 11? Ich werde es dir zeigen. Momentchen. Ich hau schnell. Ich clipse nur schnell an hier. Interaction. Interaction Studios präsentieren. Chicken Invaders Ultimate Omelettes Christmas Edition. Nur für dich im Adventskalender Türchen Nummer 11. Das überspringe ich jetzt mal. Ihr seht sich so ein bisschen. Und es geht los. Ich drücke jetzt Escape. Moment, ich muss immer mit einem anderen Monitor schauen, ob alles passt. Weil die anderen Folgen sind irgendwie ein bisschen blöd geworden. Und deswegen muss ich eben jetzt ein bisschen hübsig nehmen wieder. Escape. Weiter. Ich habe zwei Aufnahmen schon gemacht. Und die sind nichts geworden, weil ich gesehen habe, dass die Katze wieder an meinem Mischpult war. Und hat mir die Hebel verdreht. Seltsamerweise. Und wir starten. Also hier weiter, weiter. Es ist eine Demo-Version für die, die es nicht wissen. Und ich starte das Game. Come on. Fertig. Okay. Mission. Jetzt können wir hier. Ich habe mich schon angemeldet. Eben wegen die beiden misslungenen Kalendertürchen, die ich machen wollte. Und da war die Stimme so leise und dachte, ja, das gibt es ja nicht. Man versteht mich ja nicht. Aber jetzt hoffe ich, dass es besser wird. Einstellungen. Grafik. Audio. Und da geht das Telefon, das Handy wieder. Effekte Lautstärke. Das machen wir vielleicht noch ein bisschen runter. Okay. Und zurück. Und nun können wir loslegen. Grafik ist hoch. Hier seht es für euch. Nur das Beste. Und zurück. Und wir starten eine Mission. Solo-Flug. Hier können wir auswählen. Es ist eben meine Demo. Jetzt können wir nicht alles auswählen. Internetspiel mit anderen zu. Hier kann man mit anderen spielen. Hier kann man zu zweit auf einem selben Computer spielen. Oder einen Solo-Flug. So wie ich es mache. Und dann Mission. So. Und da sind wir. Kapitel 2. Oh. Es geht weiter. Nee, das wollte ich ja nicht. Ich wollte Solo-Flug. Weiter. Mission fortsetzen. Neue Mission beginnen. Anfänger. Damit sie es auch von Anfang sehen. Weißt du. Unsere Geschichte beginnt in unserer Galaxie. Die Milchstraße. In einem kleinen Ort. Den wir gerne mal nach Hause nennen. Das sind wir. Wenn wir einen Blick zurückwerfen. Die letzten Hühnerinversion wurde abgewehrt. Also wir haben eine Gerette. Das ist eine weitere Folge. Und die Erde wurde noch einmal gerettet. Wir haben sie gerettet. Also nicht wir. War ein anderer hier. Aber. Gut. Ist sie nicht schön. Unserer Planet Erde. So. Jetzt. Das sind wir. Unser Schiff. Wir finden unseren Helden im lokalen Space Burger. Und die Katze wieder. Der sich auf seine wohlverdiente Belohnung freut. Und wir kommen an den Fly. Flying Burger King. Und wir bestellen uns einen Crispy Chicken. So. Jetzt kommt ein zweiter dazu. Völlig ahnungslos von den Ereignissen. Die kommen werden. Öffnet sich ein Portal. Und da kommt ein weiterer. Ihr seht sie schon. Ein weiteres UFO Raumschiff dazu. Hi. Hi. Huhu. Wer bist du denn? Mein Name ist Hensolo. Aber das ist scheißegal. Ich bin nicht aus deiner Galaxie. Aus deiner Galaxie. Aber ich bin hierher gekommen. Um dich vor einer großen Gefahr zu warnen. Du musst mir zurück. Durch das Internetportal zu helfen. Komm schnell. Es ist nicht viel Zeit. Die Zukunft der Erde hängt davon ab. Ich kann nicht so schnell lesen. Dann muss ich mir ein bisschen was selber zusammenlegen. Ich hoffe, ihr könnt es immer auf Pause drücken. Meine Mutter hat mir immer gesagt, nie Fremden von fremden Schokoladen nehmen. Weißt du? Ich bin hungrig und ich will jetzt einen Crispy Chicken. Von der Space Burger Bar. Und nun, wenn du mich entschuldigst. Ich muss hier rein. Die Zukunft der Hühnchenburger steht im Spiel. Was? Dann gibt es keine Crispy Chicken mehr. Und äh... Daher müssen wir doch retten. Weil unser... Space Burger... Unser Flying... Space Burger Drive... Der... Ist ja davon... Gefährdet. Also müssen wir ihn retten. Sonst gibt es ja keine Space Burger mehr. Keine... Crispy Chicken... Oder... Wie heißen sie alle? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wir in den Planeten. Da kommen wir. Schau mal, wie sehen wir fliegen können. Jetzt geht das schon wieder los. Aber wir sind zwar noch nicht dies. Wir können noch nicht spielen. Aber... Welche Abenteuer gilt es jetzt zu bestehen? Ja, das fragt man sich. Und ihr seht es schon. Mit der Maus, mit der linken Maustaste kann man schießen. Eine auswärtige Galaxie. Und mit der Maus links und rechts ziehen geht es eben zu bewegen. Und nach oben und unten kann man ihn eben ein bisschen bewegen. Weißt du? Und hier sind die ganzen Chicken Runs. Hühner! Hier! Hühner, toll! Den müssten wir auslöschen. Mich juckt es ein Momentchen. Und... Gut. Oh, zieht es uns an. Hallo? Hallo? Wo ist denn Solo? Die Hähn Solo? Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. So. Uuuuuh. Komm hier raus jetzt. Tschuuu. So. Prison Eye. Ach du Kass. Da gibt's Spiegeleier heute. Gut, das sieht gar nicht schlecht aus. Autsch. Ah, der hat sich da drin versteckt anscheinend. Du scheinst eine Art Versuchungsländer aus. Wo Hühner ihre neueste Erfindung des jüngsten Gerichts ausprobieren. Wow. Hast du das gesehen? Hinter dir. Holleck. Das kamen sie alle auf mich zu. Und wir müssen es retten. Und hier sind wir auch schon links, rechts. Und zampampamp. Kapitel 1. In einer... ...entfernten Galaxie. Welle 1. Die nächste Generation. Und da geht's schon los. Die Hühner-Afrika-See-Show. Von Xtreme. Und wir müssen alles retten. Und Schüsse einsammeln. Jetzt haben wir den Laser. Oh, scheiße. Geht schon gut los im... ...den Scheiß-Grawl. Den brauch ich nicht. Da war alles Paket. So. Welle 2. Hühner-Flugschau. Jetzt kommt der Flugschauer. Jetzt... ...und da ist... Bleib hier. Du Chicken du. Oh, jetzt sind wir rausgeflogen. Entschuldigung. Weil ich zu weit rechts gekommen bin. Es ist schlecht gewesen. Ba 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 ba. Oh nein. Nein. Und dann die Tropfen. Und das weißte Da, was drunter fliegt, aber wir nicht ankommen. die hier ja da ich vergesse so gefährlicher sektor so wirklich gefährlicher sektor und die kugel noch mal nicht einsam gesich auch immer paket einsammeln jetzt haben wir den scheiß strahl wieder den hasse ich wenn es die brüterei sichere zone hier alles kommt da runter überhitzung jetzt haben wir überhitzt und hier ist der schlüssel aus allen richtungen und jetzt geht es rund jetzt sehen wir uns auch noch überhitzt und scheißen das ist der schlüssel das ist der schlüssel das ist der schlüssel die melodie ist auch gut und das darf man nicht einsammeln coole spiel gefällt mir grafik ist auch gut und wenigstens download spiel sichere zone hier drin zwei sieben todes spirale spiel vorbei Das machen wir gleich nochmal, weil es so schön ist, das Spiel fortsetzen. Bleiben wir dabei. Können wir hier weitermachen. Extra wütig. Oh. Ja, jetzt kommt die Werbung. Das wissen wir. Jetzt sind wir an dritter Stelle. Okay. Und... Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. In diesem Adventskalender Türchen Nummer 11 dabei zu sein. Und ich verabschiede mich und werde mal in die Galaxie schweben. Und... Hier. Bevor ich es vergesse. Ciao. Hab mich gefreut. Wieder ein super Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Hasta la vista. Mmh. Mmh. Mmh.